da bist du doch Alpha Menschen auch drin oh ich hab den Chat auf das geht natürlich mal gar nicht oh mein Gott und ich hab vergessen ich hab vergessen Astralverschiebungen weg zu machen und Todung des Steinwollwerks hin zu machen oh mein Gott ich hab's noch nie gespielt Osu hat mir bis jetzt gar nichts gesagt ist das ein bekanntes Spiel oder wird es viel gespielt mal so rumgefahren Ohm Pala das ist ein Tengati ein Luliger mein Gott jetzt krieg ich noch die Fresse komm jetzt aber Windshorn for the win so richtig BAM macht es nicht ne oh ich spalt ihn da Jäger Jäger das ist schon mal cool auch wenn ich das Gefühl hab dass es okay ist mit der 2 Handkraft oh komm 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 Schurke oh komm komm Schurke das ist das ist das ist das ist aber nicht Eben, aber es war jetzt so viel Schaden. War nicht so viel. So, machen wir mal was Effektives. Können wir uns mal an die Flagge. Oh, komm jetzt, jetzt. Hier, mal fett Windzone for the win. Oh ne, wie kann ich da verfehlen? Da ist, da ist unsere Flagge. Oh ne, wie kann ich da verfehlen? Da ist unsere Flagge. Das ist zu weit entfernt. Ich muss dir an. Ich bin außer Reichweite. Okay, ich helfe unsere Flagge wieder zu holen. Das ist mindestens genauso wie Stich. Oh mein Gott. BAM! Es finde ich cool, dass es mir noch nie aufgefallen ist bei Rufu, dass hier Interrupt Shadow steht. Hör. Hör. Wirst du wohl nicht hier ewig ausweichen wollen. So, ne, ich ziehe jetzt, ich ziehe jetzt doch wieder die anderen Waffen an. Das gefällt mir nicht. Ich habe was OP mäßiger vorgestellt. Vielleicht ja später. Wenn ich irgendwie noch was tolles kann, von dem ich mir... Nee. Ah, komm. Okay, Allianz hat die erste Flagge. Okay, Allianz hat die erste Flagge. Okay, Allianz hat die erste Flagge. Aber jetzt sind wir genug. Wir können alles wegdeffen. Aber jetzt sind wir genug. Wir können alles wegdeffen. Und da ist der nächste Trui. Es ist so viele Truis. Boah, stirb! Oh mein Gott, haltet die Mönche auf, da holen sie sich wieder. Ich gehe gleich oben rum. Der wäre nämlich schön blöd, wenn er durch Tunnel rauskommen würde. Der geht bestimmt oben rum. Und ich warte. Guck da, komm da. Guck da, komm da. Oh! Win! 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 Ja, da spielen viele Streamer. Habe ich schon gar nicht gesehen. Wohin ich gucke eigentlich fast immer die gleichen Streamer. Sonst müssen wir das BG nur noch durchsteffen Es hat mich das letzte Mal so gewundert Dass das BG so viel EP gegeben hat Oh Komm, komm, komm Erjog wird wieder ready Weil normalerweise kann ich mich erinnern Dass nur die, die man sich wirklich random angemeldet hat Dass die viele EP gegeben haben Und der Rest ist eigentlich eher weniger Oh, da läuft sie Die Muschi Hat irgendjemand einen Level Up gehabt eben Neben mir Komm, ich hole die nächste Flagge Mit meinem kleinen Pinguin Ich bin außer Reichen Noch sieht alles ruhig aus Noch sieht alles ruhig aus Wo sind sie? Da, da Wo geschehen? Hier Auch viel mit Gepulbe Das sind aber schon auf dem Weg Das sind schon welche auf dem Weg dahin Oh Ihr packt es Guck mal wie viele Aber der Mensch mit seinem Ohlolol Ich spring mal um die halbe Welt Krams Win Krams Krams Sie Wie